«No thanks for genocide, in the age of blood genocide, in the age of blood genocide, in the age of blood genocide!» «Free, free Gaza! Die internationale Solidarität! Die internationale Solidarität!» Daraufhin haben die Verantwortlichen ein Gespräch gesucht und ihnen zu verstehen, dass sie das nicht tolerieren werden. Die Leute sind trotzdem geblieben. Das hatte dann zur Folge, dass die ETH einen Strafvertrag gestellt hat und die Stadtpolizei Zürich ausgerückt ist. «Internationale Solidarität! For die internationale Solidarität! For die internationale Solidarität!» «Shave on Youth! För die liberale Solidarität! Für die internationale Solidarität!» Die Schweiz ist dagegen, dass das grüßvolles Leben, die Schweiz ist dagegen. Untertitelung des ZDF, 2020